Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir euch die wichtigsten EKG-Auffälligkeiten und deren Bedeutung zeigen. In unserem EKG-Kurs gehen wir die Auffälligkeiten im Detail durch, sodass ihr deren Pathophysiologie und Bedeutung versteht. In diesem Video soll es nur darum gehen, die relevantesten Befunde im EKG als Nicht-Kardiologe zu erkennen. Viel Spaß! Passend zu den Videos haben wir ein EKG-Skript geschrieben. Dieses findest du auf medi-no.org. EKG steht für Elektro-Kardiogramm. Mithilfe eines EKGs lässt sich die elektrische Aktivität des Herzens aufzeichnen. Hierdurch lassen sich Aussagen über den Zustand des Herzens treffen und Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen oder einen Herzinfarkt diagnostizieren. Um die elektrische Aktivität des Herzens abzuleiten und somit ein EKG zu schreiben, werden an definierten Stellen Elektroden auf die Haut aufgeklebt. Abhängig von der Anzahl der Elektroden gibt es sogenannte 3- oder 12-Kanal-EKGs. Betrachten wir vorab noch kurz die abgeleitete EKG-Kurve. Die erste Welle im EKG wird als P-Welle bezeichnet. Diese korreliert mit der Kontraktion der Vorhöfe. Der QRS-Komplex korreliert mit der Depolarisation der Kammern. Nach dem QRS-Komplex folgt die ST-Strecke. Die ST-Strecke ist die Zeit zwischen vollständiger Depolarisation der Ventrikel und dem Beginn der Repolarisation. Die T-Welle repräsentiert die Repolarisation der Ventrikel. Die 12 EKG-Ableitungen werden auf einem EKG-Papier aufgezeichnet. Hierbei ist je nach einer Schreibgeschwindigkeit von 25 oder 50 mm pro Sekunde ein großes Kästchen entweder 200 oder 100 Millisekunden breit. Insbesondere für EKG-Anfänger ist eine strukturierte Auswertung des EKGs entscheidend. Ihr könnt euch an dem folgenden Algorithmus orientieren. Im folgenden gehen wir den Algorithmus zusammen durch und stellen euch immer einmal den Normalbefund und anschließend die wichtigsten Pathologien vor. Beginnen wir mit der Herzfrequenz. Die Herzfrequenz ist meistens auf dem EKG-Ausdruck angegeben. Diese ist nicht zu 100% valide, reicht für Anfänger in den meisten Fällen jedoch aus. Ab einer Frequenz von 100 Schlägen pro Minute spricht man von einer Tachycardie, unter 60 Schlägen von einer Bradycardie. Bei einer Tachy- oder Bradycardie sollte man sich zusätzlich immer den Blutdruck und den klinischen Zustand des Patienten anschauen, um beurteilen zu können, wie kritisch die Rhythmusstörung ist. Der Lagetyp kann wichtige Hinweise für verschiedene Erkrankungen liefern. Da Anfänger erfahrungsgemäß Schwierigkeiten haben mit der Bewertung und der Lagetyp im Zweifel nur wenig therapeutische Konsequenz hat, gehen wir in diesem Video nicht gesondert auf ihn ein. Kommen wir nun zur Beurteilung des Rhythmus und der P-Welle. Physiologisch liegt ein Sinusrhythmus vor. Diesen erkennt man an regelmäßigen P-Wellen und QRS-Komplexen, sowie daran, dass auf jede P-Welle ein QRS-Komplex folgt. Mithilfe des Kardiologentricks lässt sich ein regelmäßiger Rhythmus von einem unregelmäßigen Rhythmus unterscheiden. Hierzu nimmt man ein Blatt Papier und markiert mit einem Strich die QRS-Komplexe. Anschließend legt man das Blatt über die anderen QRS-Komplexe bzw. R-Zacken und kann somit erkennen, ob das EKG regelmäßig oder unregelmäßig ist. Bei Radikadenrhythmen sollte man an einen AV-Block denken. Bei diesem wird die Erregung von den Vorhöfen nicht mehr regelrecht auf die Kammern übergeleitet. Es gibt drei Formen von AV-Blöcken, die wir euch nun einmal kurz darstellen werden. Beim ersten Grad kommt es zu einer verlangsamten Erregungsüberleitung. Die P-Welle hat hierbei einen vergrößerten Abstand zum QRS-Komplex. Beim Grad 2 kommt es zu einem intermittierenden Ausfall der Überleitung. Im EKG zeigen sich teils P-Wellen mit folgendem QRS-Komplex und teils P-Wellen ohne zugehörigen QRS-Komplex. Beim AV-Block Typ 3 liegt eine komplette Unterbrechung vor. Hier haben die P-Wellen und die QRS-Komplexe ihre eigene Rhythmik. Bei einer Bradikadie und P-Wellen ohne zugehörigen QRS-Komplex sollte man daher stets an einen AV-Block denken. Ist keine eindeutige P-Welle erkennbar und liegt eine schnelle Herzfrequenz vor, sollte man an eine supraventrikuläre Rhythmusstörung denken. Zu diesen gehört unter anderem das Vorhofflimmern. Beim Vorhofflimmern liegt ein unregelmäßiger Rhythmus- und Flimmerwellen, hier in grün dargestellt vor. Vorhofflimmern kann bei Bradikadien und normalen Frequenzen vorliegen. Häufig kommt es beim Vorhofflimmern jedoch zu Tachycardien. Beim Vorhofflattern liegt eine Tachycardie jedoch bei einem regelmäßigen Rhythmus vor. Es lassen sich sogenannte Flatterwellen bzw. ein Sägezahnmuster erkennen. Auch bei einer sogenannten Ektop-Aterial-Tachycardie kann es zu einer regelmäßigen Tachycardie kommen. Hierbei sind jedoch P-Wellen zu erkennen, die meistens negativ sind. Weiterhin gibt es die AV-Knoten-Reentry-Tachycardie, kurz AV-NRT. Bei dieser liegen regelmäßige, schmale QRS-Komplexe und eine fehlende bzw. auf den QRS-Komplex folgende P-Welle vor. Der QRS-Komplex besteht physiologisch aus einer Q-Welle, einer R- und einer S-Zacke. Er sollte maximal 100 ms breit sein. Ist der QRS-Komplex über 120 ms breit, so bezeichnet man dies als kompletten Schenkelblock. Bei einem Schenkelblock kommt es zu einer m-förmigen Konfiguration. Grob lässt sich sagen, dass ein m in der Ableitung V1 für einen Rechtsschenkelblock und ein m in der Ableitung V6 für einen Linksschenkelblock spricht. Mit dem PJ-Lattrick kann man ganz einfach ein Links von einem Rechtsschenkelblock unterscheiden. Hierzu legt man ein Blatt parallel an die R-Zacke der Ableitung V1. Wenn die R-Zacke der Ableitung V6 hinter der R-Zacke der Ableitung V1 liegt, so besteht ein Links-Schenkelblock. Die Ableitung V6 repräsentiert den linken Ventrikel. Da die Erregung bei einem Links-Schenkelblock zuerst über den rechten Ventrikel läuft und der linke Ventrikel später erregt wird, kommt es auch zu einem späteren Erscheinen der R-Zacke in V6 als in V1. Erscheint die R-Zacke in V6 früher als in V1, so deutet dies auf einen Rechtsschenkelblock hin. Die ST-Strecke und die T-Welle repräsentieren die Erregungsrückbildung. Die ST-Strecke ist physiologisch auf dem gleichen Niveau wie der PQ-Strecke. Die T-Welle sollte die gleiche Ausrichtung wie der QRS-Komplex haben. Das heißt, bei einem positiven QRS-Komplex sollte auch eine positive T-Welle vorliegen. Veränderungen der ST-Strecke und der T-Welle können auf verschiedene Krankheiten, insbesondere auf Ischämien, hindeuten. Einer ST-Streckenhebung sollte besondere Beachtung geschenkt werden, denn diese kann auf einen akuten Herzinfarkt, einen sogenannten ST-Hebungsinfarkt oder STEMI hindeuten. Eine ST-Hebung gilt dann als signifikant, wenn sie höher als 0,1 Millivolt in den Extremitätenableitungen, also 1, 2 oder 3, AVR, AVL oder AVF ist oder wenn sie höher als 0,25 Millivolt in den Brustwannenableitungen, also V1 bis V6 ist. Bei einer ST-Hebung sollte man zwischen einer ST-Hebung aus dem absteigenden R und dem aufsteigenden S unterscheiden. Bei einem akuten ST-Hebungsinfarkt, also einem STEMI, kommt es zu einer Hebung aus dem absteigenden R. Bei einer Perikarditis kommt es zur Hebung aus dem aufsteigenden S. Bei einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt, also einem N-STEMI, liegen hingegen ST-Senkungen vor. Aber Achtung, im Rahmen eines Schenkelblocks kann es häufig zu Veränderungen der Erregungsrückbildung kommen. Wenn der Patient keine Symptome hat und eine Veränderung der Erregungsrückbildung aufweist, solltet ihr also erst einmal schauen, wie breit der QRS-Komplex ist und ob gegebenenfalls eine M-Formation in V1 oder V6 vorliegt. Ja, das waren viele Informationen in kurzer Zeit, daher hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Bei Bradikadenrhythmen sollte man an einen AV-Block denken. Liegen P-Wellen ohne zugehörigen QRS-Komplex vor, so ist ein AV-Block wahrscheinlich. Unregelmäßige QRS-Komplexe und Flimmerwellen sind ein Hinweis für einen Vorhofflimmern. Dies kann zu Tachykardinen, aber auch zu Bradikadinen führen. Einen Schenkelblock erkennt man an einem breiten QRS-Komplex von über 120 Millisekunden und einer M-Konfiguration in V1 oder V6. Bei einer ST-Hebung aus dem absteigenden ER gilt es an einen STEMI zu denken. Eine ST-Hebung aus dem aufsteigenden S spricht eher für eine Perikarditis. ST-Senkungen können vielfältige Ursachen haben. Gesondert zu nennen ist hierbei der N-STEMI. Dieser kann im Gegensatz zum STEMI allerdings erst bei einer Troponindynamik diagnostiziert werden. Ja, das war der EKG-Crash-Kurs. Ich hoffe, ihr habt euch gut gefallen und ihr konntet etwas lernen. Schaut auch gerne bei unserem kompletten EKG-Kurs vorbei. Bis dann! Und dann! Stärk-Kurs